Herzlich willkommen, ich bin Denise Antoinette Sondrecker, Businessmedium und intuitiv mediale Business-Astrologin. Und ja, ich habe in den letzten Tagen einige Male über mich gespunzelt. Und zwar ist es so, dass ich grundsätzlich meistens schon im November die neue Energie, also die Energie des kommenden Jahres wahrnehme und dann völlig begeistert ins neue Jahr starte, in die neue Energie. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und möchte immer alles ausprobieren und testen. Und dieses Jahr war, also zwischen den Jahren war alles anders und darüber habe ich ja auch einen Podcast gemacht. Und ich habe am Freitag hatten wir wieder unsere internationale Mastermind-Gruppe, dass jemand aus Mittelamerika, jemand aus Kanada, jemand aus Amerika und ich aus der Schweiz, wir treffen uns da immer wieder zum Austausch. Fokus ist Astrologie und das Verständnis der natürlichen Energien von Sonne, Mond und Planeten. Und Vanessa, unsere Mentorin, die hat uns daneben so ein bisschen gefragt, wie hast du den Jahreswechsel erlebt? Was hast du dir für 2024 vorgenommen? Und interessanterweise haben alle gesagt, ungewöhnlich, ja es war ungewöhnlich langsam dieser Jahresstart. Und Vanessa hat da nur schmutzend gemeint, ja ja, die rückläufigen Planeten zwischen den Jahren, die haben es in sich. Und wir hatten da diesen Merkur rückläufig. Und es kann sein, dass uns der dazu animiert hat, nochmals intensiver Rückschau zu halten. Das war bei mir der Fall, bevor ich bereit war, ins neue Jahr zu starten. Das hat auch, ich habe das gemerkt, ich habe mein Newsletter viel später verschickt und 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 und. Ich möchte dir einfach so ein bisschen aus meinem Leben zeigen, was Business Astrologie für mich bedeutet und welche Konsequenzen es das manchmal hat. Und ich plane und dann kommt alles ganz anders. Wobei, und das möchte ich dir für 2024 ans Herz legen, plane jetzt noch möglichst in der Erdenergie, weil eben das hilft uns, Bodenhaftung zu bekommen, verwurzeln. Das brauchen wir dieses Jahr definitiv. Und ich möchte heute, und da bin ich auch wieder aufgeregt, weil das ist ein Jahrhundertereignis, das stattfinden wird. Am 20., da ist es so, dass die Sonne und der Pluto das letzte Mal, und das ist im Grad 29, wenn du dich mit Astrologie auseinandersetzt, in Konjunktion gehen, das letzte Mal. Und zwar war ja der Pluto jetzt lange Zeit im Steinbock drin. Und die treffen sich jetzt das letzte Mal. Und das ist wie ein Türöffner. Und ich sage, ich bin sehr aufgeregt, weil es betrifft mich, ich glaube, es betrifft alle Menschen, die sehr offen sind für diese natürlichen Energien von Sonne, Mond und Planeten. Bei mir ist es so, ich bin ein Wasserzeichen und es betrifft diejenigen, die Wasser oder Erde sind, und ich sage, auf eine besondere Art und Weise. Und du kannst mal dir ein bisschen überlegen, wo du 2008, 2008 oder 2009 gestanden bist und welche Reise du bis hier gemacht hast. Und ich habe mir das aufgeschrieben. Und zwar ist es der Abschluss für mich jetzt, wenn du eben auch was oder erzeigen willst, der Abschluss einer jahrelangen Transformation, die eben entweder 2008, 2009 begann. Und es ging um Prüfungen, es ging um Lektionen, es ging um Lektionen, was auch immer, Hürden, Hindernisse, was auch immer. Und jetzt werden wir zu der Person, die uns in die Wiege gelegt worden ist. Also das heißt, der Pluto im Steinbock hat uns durch viele, ich sage jetzt mal, Phasen geleitet. Und jetzt kommt das, ich sage jetzt mal, jetzt kommt das Eigenkiche zum Vorschein. Und ich kann mir vorstellen, dass das was bewirkt. Jetzt, wenn du im Luftzeichen drin bist, wirst du merken, dass du auf einmal völlig zentriert bist und sehr souverän. Und wenn dir das in den letzten Jahren, Jahrzehnten, in ein Jahren abhandengekommen ist, wirst du das schätzen. Und vielleicht ist es am Anfang ein bisschen so wie neue Kleider anziehen oder neue Schuhe. Sie passen noch nicht ganz, kneifen vielleicht noch ein bisschen, bis du sie eingetragen hast. Und jetzt kommt noch das Feuerzeichen-Good-News für die Feuerzeichen. Bei dir ist es so, dass du eben jetzt, ich sage jetzt mal, wenn du immer im Publikum warst und zugehört hast, ist jetzt die Phase gekommen, wo du souverän auf die Bühne gehst, die Bühne einnimmst und eben die Leute begeisterst mit deiner Kreativität, Inspiration, deiner spielerischen Leichtigkeit, was auch immer. Jetzt der 20. ist ein Meilenstein. Und da ist es immer so, da kannst du nicht so genau sagen, wie das bei dir vonstatten geht. Gott sei Dank, der 20. ist ein Samstag. Da kannst du dich vielleicht ein bisschen freier einteilen. Und mein Tipp an dich ist, dass du dir Zeit für dich nimmst und einfach mal beobachtest. Da kann sein, dass da ganz viele Emotionen hochkommen. Das kann sein, dass du damit beginnst zu heulen, weil ganz viel Druck weggeht, entlastet. Da kann sein, dass du fast ein bisschen in einem absoluten Hochgefühl drin bist. Da ist von der ganzen Palette alles möglich. Und da ist mein Tipp, da jetzt nicht wahnsinnig aktiv rauszugehen in viele Menschenmengen, weil da ist ja die Energie dann wieder ganz anders, sondern diese Energie, einfach dich darauf zu fokussieren, gerne auch zu beobachten. Am besten ist es, wenn du es für dich festhältst, sodass du so ein bisschen mit der Zeit weißt, wie reagierst du unter gewissen Konstellationen. Ich muss sagen, ich freue mich extrem drauf. Ich werde mir den Tag so planen, dass ich sicher, wenn möglich, in der Natur draußen bin und werde aber auch mir Zeit lassen, ich sage jetzt mal, aufs Sofa zu liegen und mich zu entspannen, also nicht ein großes Programm zu machen. Und ich werde definitiv schon am Freitag einkaufen, sodass ich am Samstag nicht in die großen Menschenmengen muss, weil dann natürlich immer auch Energie von anderen war. Und das ist mir dann ganz sicher zu viel. Ich freue mich auf den Moment. Ich habe da eine Formulierung gelesen, die finde ich wunderbar. Da steht, ein kleiner Moment mal, ich habe mir das notiert. Ja, ich weiß, ich muss gar nicht nachschauen. Die Veränderung kommt, ob du die Türe offen hast oder nicht, spielt keine Rolle. Also bin ich der Meinung, wir lassen die Veränderung mit einem freudigen, herzlichen Grüezi, Willkommen, schön bist du da, eben in unser Leben. Wir sind Menschen und Menschen neigen dazu, Angst vor Veränderung zu haben. Da ist mein Tipp, einfach offen zu sein, vielleicht eben das festzuhalten, das zu begrüßen. Vielleicht machst du ein Willkommensritual für das, was kommen wird, weil wir gehen in eine Phase, die haben wir alle nie erlebt in diesem Leben, weil das ist auch eine massive gesellschaftliche Veränderung, die kommen wird mit diesem Pluto, der jetzt dann irgendwann definitiv im Wassermann drin ist. Und das bedeutet für uns alle Veränderung. Und wir können uns sperren und wir können uns verkrampfen oder wir können uns eben mit offenen Armen dieser Veränderung eben hingeben. Und das ist mein Tipp für den 20. in diesem Monat. Also 20. Januar zur gleichen Zeit wechselt dann ja auch eben das Sternzeichen in den Wassermann. Dazu mache ich dann ein anderes Video. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich wünsche dir die kindliche Neugier, das, was kommt, dieses kosmisches Großereignis, eben mit Neugier und Abenteuerlos zu erleben, im Wissen, dass sich was ändert. Die Änderung kommt, wie wir uns einstellen, ist unsere Entscheidung. Und meine, die ist ganz klar, ich werde das mit kindlicher Freude, ganz viel Neugier und Abenteuerlust eben begrüßen, das, was da kommt. Und ja, ich bin ganz ehrlich, 2008, ich kann mich ganz gut daran erinnern, das war wirklich für mich ein Meilenstein zu einer wirklich langen Reise zu mir selber. Die war nicht immer angenehm und ich bin jetzt froh, kann ich von den Erfahrungen profitieren, weil in der Zeit habe ich ja auch mein Business, Online-Business aufgebaut. Und da habe ich ganz viele Erfahrungen, die ich kombiniere mit dem, was ich mitbringe aus der Business, Astrologie, aus der betriebswirtschaftlichen Sicht, aus dem Marketing. Und wenn ich das alles kombiniere mit den Informationen, den mystischen Informationen der geistigen Welt, dann gibt das ein ganz tolles, abgerundetes Angebot. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr auf das, was kommt. Wenn du Fragen hast, bitte gerne in den Kommentaren hinterlassen oder einfach eine E-Mail an mich schreiben. Ich schicke dir ein von Seele und Herz kommendes. Tschüss. Marschgold.